Ich weiß nicht welcher das ist. Das ist ein roter. Ehrlich? Ja. Dreh mal um. Holy shit! An der Squawk und willkommen liebe Freunde zu einem kleinen Opening. Und zwar haben wir ja nicht nur einen, sondern zwei Pins von der ESL One in Köln. Und es wird nicht gar nicht lang gefackelt. Wir machen hier direkt den ersten Pin auf. So sieht das ganze Ding aus. Kleine schlichte schwarze Verpackung. Kleiner aufgedrucktes Counter-Strike-Menschen. Und wir machen auf. Und was haben wir drin? Wir haben einen Pin drin. Was ist das für ein... Warte, war das... War das nicht ein roter? War das nicht ein roter? Oh mein Gott! Das ist aber tatsächlich der Rote. Leute, wir haben einfach mal richtig reingelangt. Wir haben einfach mal richtig reingelangt. Wir haben auf den roten Pin rausgezogen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Jetzt hopp. Zweite Pack. Was haben wir da drin? It's gonna be magic. Komm jetzt. Pin ist raus. Wir schnipsen. Das wird jetzt Magic-Trick. Okay, ich glaube der ist Blue. Der müsste der... Ja, das ist der erste Blaue. Aber trotzdem schicker Skin. Und Alter, wir haben einfach mal den fucking roten rausgezogen. Willst du mich verarschen? Da hat er die Ente mal wieder reingelangt. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Das war natürlich die nachgesprochene Reaktion. Ich zeige euch jetzt nochmal das Video. Für den, der es sehen will. Mit den Live-Reaktionen. Weil ich habe extra wenig geredet. Damit es sozusagen das einfach danach besprechen kann. Aber die Live-Reaktion. Weil ich erst wirklich nicht gerafft habe. Das ist der Rote ist. Und das Startup aus dem Hintergrund mir gesagt hat. Sehr, sehr witzig. Und viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumstück nicht vergessen. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Das ist ein roter. Ehrlich? Ja. Dreh mal um. Holy shit. Holy shit. Das war ein langeres Ende. What the fuck? Ich habe mich gefragt, Alter. Okay, ihr seid runter. Jetzt steht. Richtig, Freunde. Und er checkt das nicht mal, ey. Ich habe... Alter. Das sind ein paar Hundert wert. Gab es den aber schon mal, oder? Oder? Weiß ich nicht. Das ist der hier einfach. Der ist geil. Aber das ist blau. Das ist ein bisschen doppelt und so gut geschrieben. Spoiler. Lick das an Lackern. Da wird das nix sein. Das ist nicht so unfassbar wieder, ey.